Die Kuh macht Mut, die Ziege bad, der Sef macht... Tach Leute, ich bin's wieder. Schon wieder ein neues Update. Ey, kann die letzte Generation bitte mal Horror-Game-Entwickler blockieren, solange ich im Urlaub bin? Und da wird doch mal alles auf einmal released. Hier kommt ein gehyptes Spiel, da noch ein Banger, das hier hat ein Update. Meine Mom ist wieder schwanger. Ich hab mich noch gar nicht richtig hingesetzt.